Hey Leute, heute ein Video etwas außerhalb meiner Aktienbewertungsreihe. Es geht darum, warum man eigentlich keiner Amazon-Bewertung mehr vertrauen kann. Echt erstaunlich, bleibt auf jeden Fall dran. Und zwar bin ich von einem Kumpel vor einiger Zeit in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen worden, die sich AMZ Testing Club nennt, wo ich glaube am Tag ein paar tausend Nachrichten verschickt werden. Hier können auch nur Administratoren Nachrichten verschicken. Und im Hintergrund seht ihr schon so ein bisschen den von mir mitgefilmten Chat-Verlauf, wo die unterschiedlichsten Hersteller mit den unterschiedlichsten Namen und unterschiedlichsten Telefonnummern Produkte auf Amazon anbieten. Und das Prinzip dahinter funktioniert so. Wir schauen uns jetzt gerade mal hier ein Beispiel an. Der Link wird reingepostet. Ich würde jetzt da draufklicken, das Ganze für 11,99 statt für 12 Euro mit einem Cent Rabatt bestellen. Würde es nach Hause geliefert bekommen, würde es auch erstmal bezahlen. Würde dann unten in der Bewertung 5 Sterne geben und hätte damit einen verifizierten Kauf, was natürlich die Glaubwürdigkeit erhöht. Und würde eine 5-Sterne-Bewertung geben und würde dann im Anschluss mein Geld wiederbekommen. Hat für die Leute, die natürlich in dieser Gruppe sind, den Vorteil, dass sie sämtliche Produkte, da sind wirklich Tausende am Tag drin, umsonst kriegen. Und für den Hersteller hat das natürlich den Vorteil, dass sie 5-Sterne-Bewertungen bekommen. Und das ist eigentlich ein gängiges Prozedere. Also es gibt ja sehr viel Manipulation, was Bewertungen angeht. Und ich hatte im letzten Amazon-Video, wo wir die Aktie uns angeschaut haben, ja auch gezeigt, dass die Amazon-Bewertungen eine unglaubliche Macht auf die Kaufentscheidung der einzelnen Leute haben. Also man könnte es auch andersrum drehen. Würden die Leute gezielt schlechte Bewertungen geben, können sie natürlich auch Leute davon abhalten, dass sie bestimmte Produkte kaufen. Und hier führt es das ganze Art Absurdum. Also wir können uns quasi hier jedes Produkt rausnehmen und einmal reingucken. Wir werden überall eine richtig gute Bewertung finden, weil zig Leute, die sich gerade hier wie in dem Fall eine Schlafmaske gönnen wollen, eben so eine 5-Sterne-Bewertung schreiben und dann freuen, dass sie die Kohle wiederkriegen. Und das ist natürlich nicht das, was hinter den Amazon-Bewertungen steht. Und deswegen geht Amazon auch aktiv dagegen vor. Aber sie können eben da nicht viel machen. Es gibt noch eine Steigerung. Also viele haben hier den Link drin. Ihr seht hier auch volle Erstattung nach Bewertung und so weiter. Viele haben hier den Link drin. Es gibt aber auch mal die Ansage, genau, hier steht nochmal, wie es funktioniert. Ich bin nur noch über die neue Nummer erreichbar. Wer noch keine Antwort hat, blablabla, bitte schickt mir Bestellnummer, Bestellscreenshot und die Paypal-Adresse. Und so kriegt man das Geld dann wieder zurück. Und ich würde mal sagen, auch steuerrichtlich ist das etwas spannend. Aber es gibt hier auch ein paar Nachrichten, die nennen sich dann Keyword. Also das heißt, da muss man dann gezielt bei Amazon nach einem Keyword suchen und dann auf das Produkt klicken. Also manche wollen Bewertungen haben. Da geht man einfach hier auf den Link und bestellt. Und manche wollen eben über ein Keyword diese Bestellung generieren. Was zum einen den Vorteil hat, dass es für Amazon schwieriger nachzuverfolgen ist, ob damit Schindel oder getrieben wird und die Bewertungen so quasi erkauft werden. Und es erhöht natürlich, wie bei Google, auch die Anzeige. Das heißt, Produkte, wenn ich jetzt eingebe zum Beispiel Gaming-Controller, wie ihr gerade seht, und dann kaufe ich diesen, weil mir das ja einer gesagt hat und mir Geld dafür gibt, das weiß man ja nicht, dann wird der natürlich höher gerankt, weil er vielleicht für andere Personen, die das gleiche suchen, auch interessant ist. Hier sieht es zum Beispiel Keyword Tauchring oder Keyword iPhone 11 Pro Max Hülle. Also die geben dann schon ganz genau an, was gekauft werden soll, schicken eben auch deswegen nicht den Link mit. Und das ist eben der Hintergrund dieser Masche. Und hier steht, es gibt natürlich auch manchmal so Sachen, Gebühren dafür, also 5%. Und manchmal, wenn es auch Produkte gibt, die etwas an die 80 oder 100 Euro kosten, dann hat man dann 20% Eigenanteil oder sowas, wie sich das alles dann schimpft. Da gibt es die unterschiedlichen Konstrukte. Und es ist schon echt erstaunlich, dass das so gut funktioniert und da Amazon auch wirklich bisher noch nicht viel gegen machen kann. Und ja, ich persönlich habe hier noch gar nichts gekauft. Ich habe von dem einen oder anderen gehört, der das gemacht hat und das funktioniert auch tatsächlich. Also es dauert dann etwas, man kauft sich das Ganze, schickt die Sachen dann dahin, nachdem man sie erhalten hat, schreibt diese Bewertung und dann kriegt man nach ein paar Tagen kommentarlos auf Paypal sein Geld zurücküberwiesen. Und ja, von mir aus können die Leute damit glücklich sein, die die Sachen bekommen und umsonst bekommen quasi. Aber es zeigt natürlich auch, dass ihr vorsichtig sein müsst, wenn zu viele Bewertungen da sind oder zu viele gute Bewertungen da sind. Was natürlich extrem traurig ist, weil die Produkte, die dann wirklich gut sind, die auch wirklich gute Bewertungen erhalten, nicht mehr zu identifizieren sind. Also ich habe ja hier ein paar Belege eingeführt und ein paar Screenshots oder ein paar Bewertungen gezeigt. Die sind ja durchaus nicht auffällig, also die sind nicht in einem gebrochenen Deutsch, sondern die wirken halt wirklich, steht ja auch verifizierter Kauf dort. Also wenn ihr das so lest, erkennt ihr das einfach nicht. Also man erkennt es nicht, dass diese Bewertungen gekauft sind. Das ist völlig unmöglich. Also es gibt ein paar Hinweise, wenn zum Beispiel mit extrem gebrochenem Deutsch geschrieben wird, aber auch das gibt es praktisch nicht, weil in dieser Gruppe sind jetzt keine Leute, es sind wirklich 150 oder 200 Leute drin und ich vermute mal, da gibt es noch zigtausende Gruppen von. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video dann so ein bisschen die Augen öffnen oder zumindest mal den Hinweis geben, bei Amazon-Bewertungen schaut lieber nochmal bei der einen oder anderen Plattform, wo das nicht ganz so extrem ist. Das war es für heute. Am Wochenende geht es wie gewohnt weiter mit der Aktienanalyse. In der Abstimmung kam jetzt raus, dass wir Google als nächstes machen werden, also die Aktie von Alphabet. Und ihr könnt wie gewohnt noch auf dem Community-Tab abstimmen, ob ihr die Deutsche Telekom, Volkswagen, Google oder BYD als nächste Aktie sehen wollt. Und ab Samstag oder beziehungsweise ab Sonntag gibt es dann nach der Veröffentlichung des Videos auch die neue Abstimmung für die nächsten. Ich habe so ein bisschen Wirecard im Blick, die finde ich ganz cool. Mal gucken. Schaltet auf jeden Fall auch dann wieder ein und macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.